Das BKA schaltet 47 Kryptobörsen in Deutschland ab. Die Aktion des Bundeskriminalamtes richtete sich gegen digitale Geldwäsche. Den Betreibern wird mangelnde Compliance und großflächige Verschleierung von Geldern vorgeworfen. Auf den Börsen gab es keine Know-Your-Customer-Verfahren. Eine Übersicht der abgeschalteten Plattformen ist verfügbar. Das BKA erklärt, dass die Angebote darauf abzielten, Kryptowährungen anonym zu tauschen, um deren Herkunft zu verschleiern. Zusammen mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität konnte das BKA umfangreiche Nutzer- und Transaktionsdaten sichern. Cyberkriminelle aus dem Ausland bleiben für deutsche Strafverfolgung häufig unerreichbar, beklagt das BKA. Letztes Jahr wurden Chipmixer-Server beschlagnahmt und sicherte der Behörde 90 Millionen Euro. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.